Ich bin der Philipp, einer der Gründer von Reachbird. Wir sitzen hier in Lichtenstein und in München. Reachbird ist ein Unternehmen, das sich im Bereich Influencer-Marketing bewegt. In drei Sätzen, was ein Influencer ist. Eine Person, die in sozialen Medien eine gewisse Reichweite vorweisen kann, professionell mit einem gewissen Thema umgehen kann, also sei es ein Thema wie Sport oder wie Ernährung, und dort einfach Beiträge teilt, Ideen gibt rund um dieses Thema.